Wir begrüßen Dr. Chrissy Sorensen, Direktorin der Bavarian International School. Frau Dr. Sorensen, kann denn jedes Kind ihre Schule besuchen? Absolut. Wir willkommen Familien von all over the world, including Germany and the Greater Munich Area. Dirk ist elf Jahre alt, kommt aus Kalifornien und besucht die Bavarian International School. Dirk, warum sind die Schüler in eurer Schule so happy? BIS ist ein wirklich tolles Ort, um zu lernen. Du kannst Freunde von all over the world machen. Frau Dr. Sorensen, vielleicht nochmal mit Ihren Worten, was ist das Besondere an der Bavarian International School? Wir glauben, dass die Lehre zu inspirieren und junge Menschen für persönliche und professionelle Erfolg in ihrem Zukunft. Kurz gefasst, für was steht die Bavarian International School? Believe, inspire, succeed. Wer sich davon überzeugen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. www.bis-school.com